Was treibst du hier, mein Junge? Meine Schwester suchen. Du weißt nicht, wo sie ist? Nein, sie ist weggelaufen. Ich finde sie und bringe sie um. Deine Schwester war hier, aber sie ist abgereist. Heute Morgen. Willst du auch nach Europa? Ja. Gut, gut. Du willst eine Garantie haben? Ich verkaufe doch keine Fernseher oder Landcruiser oder so. Ich bin deine Garantie. Ich schicke dich mit dem allerersten Fahrzeug los. See ya! Warte! Wann fährst du los? Kann ich mitkommen? Ja. Ich bin deine Garantie. Du machst Sachen hinter meinem Rücken. Du bist noch zu jung. Du verstehst das nicht. Ich wusste, dass ich dich kriege. Siyad, hast du eine Freundin? Ich habe erst eine Freundin, wenn ich heirate. Habe ich was Komisches gesagt? Ich wusste, dass ich dich kriege.